Willkommen zu meinen Zeiten und dem zweiten battle ihr fragt euch bestimmt wo die bestrafung ist es gab komplikationen zeitliche schwierigkeiten die folge kommt also die bestrafung kommt nächste woche mittwoch und heute die bestrafung ist eine zitrone schön schneiden und die essen und versuchen das gesicht nicht zu verziehen so und der verlierer jeder runde des battles habe ich noch nicht gesagt entscheidet das spiel für die nächste runde und da der doktor verloren hat darf er jetzt erzählen was wir heute machen ich habe mir überlegt wir spielen black ops 2 die regeln sind also black ops 2 team deathmatch mit diesem mit der mit zwei regeln einmal nur die 5 7 einzige erweiterung also einzige ex perk ist perk einzige aus aufsatz magazinerweiterung so wir spielen ohne perks ohne granaten ohne sekundärgranaten das heißt nur die 5 7 und die magazinerweiterung mehr nicht und der der die meisten kills damit macht hat gewonnen aber da fragen sich die leute wie viele runde hin wie viele runden denn ich würde mal sagen wir spielen im deathmatch zwei runden und aufradieren oder was ja muss aber deine aufschreiben ok später im schneiden kann ich das ja 1 2 dann dann let it rip zeig in die aufnahme deinen klasseneditor ne ich will nicht dass du mich verarschst habe ich schon ja gut wer sagt dass du mich nicht verarscht hä aber wir spielen auf pot auf dem pot jongens auf dem pot am anfang haben wir uns ja einfach just for fun überlegt wir spielen COD und der der als erster rage hat verloren nur da hätten wir beide nicht so viel glück ich glaube dann wäre die folge so 4 minuten lang noch nicht mal genau good luck have fun scrubs wir sind nicht bei scrubs oder siehst du hier irgendwo jd ich bin so da war ein toten kopf stirbt doch etwas zu peter 2 2 habe ich schon ich komme ich komme late du kommst du bleib okay dachte ich gestern beim bohlen auch aber soll verbindung unterbrochen was das denn das ist schieten du hext mich immer ich bin keine gegner was soll das muss auch sagen ich denke mal nicht dass wir beide so voll die piste profis sind ich muss einstehen nein antie leise gesandt so deswegen habe ich keine hilfe Na geht doch. Der Retter ist back. Zwei junge Headshot. Ich hab drei. Ich bin tot. Hackt das mit dir auch so? Nein. Windows 10 muss ich an COD gewöhnen. Stimmt du Pinner! Ich hab dein geklaut! Ich hab dein geklaut, biisch! Boah, jetzt muss ich mich erst mal dran gewöhnen. Bei Warframe sind wir es gewöhnt. Wenn du sprintest, erst der geht, dann slidet der. Der slidet der gar nicht. Der macht da schon rein! Handy, Schnauze! Ich hab Handicap, ich muss Einstellung machen! Aaaaaah! So! Gegner, wo seid ihr? Er kommt mir ne Leiche angerollt. Ich wurde mal an nem PM-E erwischt. Du auch? Bildschirm sieht so kacke aus. Ich hab in meinem Leben diese scheiß Waffe noch nie benutzt ey. Ich auch nicht. Okay, ein bisschen. Oh Mann. Der cheated doch, der hat eine Maschine gewählt. Wo bleibt die gleichberechtigung? Nächstes verschreibe ich nicht. All pistol. Ja Mann. Das ist noch einer daun. Hihihihihi. Verdammt. Oh Mann, oh. Der hackt. Der hackt. Der hackt. Der hackt, jung. Ich hab gegen die Watt geschossen. Ich hab gegen ihn. Verfindet die Drohne am Arsch. Ich seh trotzdem keine Gegner. Ach na, wo seid ihr denn? Halt hier. Du Pisser! Er cheatet, man. Mit der Flash. Wie, wurdest du mit einer Flash getötet? Nein, dank der Flash konnte ich ihn nicht töten. Er hat sich unsichtbar gemacht. Ninja-Vanish. Ninja-Vanish, Jogge. Feindliche Drohne. Man, ich hab mein... Oh man, ja man, diese Community, wie sehr hab ich sie vermisst, ey. Hallo, Snackbar. What the fuck? Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Wow! Diese Community, wie sehr hab ich sie vermisst. Ah fuck, was? Camper Kids! Hallo Pistil! Pistil, das Ware. Die einzige Ware. Was? Willkommen in der zweiten Runde, nach den technischen Schwierigkeiten! Acht! Er steht fünf! Zu Erinnerung! Zu Erinnerung! Er steht fünf! Zu viel! Tritts! Mit der Piste! Piesel! Piesel! Mit der Piesel! Oh, jetzt... Jetzt krukelt nicht mehr! R Administratoren! In Ordnung! Sattet puliert! Conference Flord! Derそれで... Aber das beni... Pr案! Oh Mann, oooo! Ich bin First Blood! Hehehehe! Ich bin Second Blood! Nein,�ut uns die Bistel repeat! Oh, der bin ich. Mann, stirbt doch einfach... Auf Entfernung ist die 5-7 nicht optimal. Auf Entfernung ist, was jede Piste nicht optimal. Executioner, Junge. Auf Entfernung, genau. Hätten wir auch mal nehmen sollen, ne? Executioner auf Entfernung. Und versuchen nur Entfernung-Skills zu machen. Steht 0-0 für 10 Runden. Das sind wie Äffchen, die klettern überall hoch. Ich habe ihn 2x erwischt. Hätte er eine 5-7, dann hätte er 1-Hit nicht gemacht. 10 Assists, nein, ne? Hm? 10 Assists, die, ne? Nein. Na, endlich. No Scope. Seid froh, dass ich dich bessern darf, du kleine Bitch. Das stand neben mir. ALTER! No, der jumped da wie ein kleines Hoppelhäschen, häschen, häschen. Mann! Ich glaub dir ist die Kills. Ich glaub dir ist der Herr. Ach, Mann! Nee, du stirb der nicht. Ich hab ihn No Scope zweimal getroffen. Hallo. Tschüss. Hey! Boah, von allen Seiten. Boah! Gammelt der da bei dem komischen... Weißt du, die haben keinen Respekt vor sowas, ne? Kein Respekt vor Hälter. Bestimmt ganze 12 Jahre alt. Heute ist die 12. Geburtstag. Und von Mama direkt COD bekommen. So muss das. Äh, wo steht der denn? Hä? Da kann man doch gar nicht hoch. Ja, alles rein schon. Nein! Ach, der ist schon tot. Wofür bin ich hier hochgeklettert? Alter! Hängt da in der Ecke! Zwei hingen in der Ecke! Äh! Ecke! Ja, genau! Ja, sicher doch! Ja, genau! Er kommt aus dem Taktik-Einstieg raus und geht mir instead mit der Sniper ins Gesicht. Auf Nackern! Was da los? Black Ops, Logik! Fuck! Ja, MMS! Super! Perfekt! Oh, C4! Ich liebe es! C4! Bis dann, was auch ne... Black Ops, Logik! Ja! Da ist er down! Da ist Brea... Oh, Scheiße! Ich wollte grad sägen und du snipest mich! Boah, Alter! Hart am Limit! Ich geb dir gleich hart am Limit! Gesicht! Ja, C4! Wie ich das... ...vergöttere! Sonst, wenn ich im Aim grad seh, wie es mir ins Gesicht fliegt! Boah! Tschüss! Tschüss! Boah, Junge! Boah! Oh, es sieht gut aus! Das Gegendor haste zwei Punkte noch vor dir! Und ich hab noch einen Punkt vor dir! Also drei! Oh! Hart am Limit ist down! Da tun die Messern! Warum messern die? Ja, ja, ja! Haben die Sniper geflucht... Ne, warte mal! Die Sniper sind das nicht... Ach, Mann! Oh mein Gott, hätte ich das nicht geschafft, wäre ich so schlecht! Dieses Able Stone ist... Hahaha! Oh! Aha! Aha! Klamot! Mhm! Geradimo! Oh! Boah, passt doch wieder gut! Und den anderen hab ich leider nicht getroffen! Überhaupt nicht! Null! Oh Gott! No! Hahaha! Was war das denn? Hahaha! Dieses Aim! Junge! Ich bin so gut! Die Kaffee! Ich bin nass! Oh, guck mal! Wie sind beide jetzt gestorben! Läuft! Ach komm, machen wir spannend! Machen wir alle gute Dinge für drei! Komm! Okay! Das wär's ja zu lange! Ich bin Ehrenmann! Wird er getroffen! Ich bin Ehrenmann! Wird er getroffen! Wird er getroffen! Und nochmal 6, 3! Nein! Du schaffst mich eh nicht als 2! So! Äh! Wow! Junge! So! Ich will im Studio fighten! Im Studio! Wir müssen den Zuschauern ja die DLCs beibringen, weil sonst kriegst du die ja nie! Beibringen! Ach! Moment! Nicht beibringen! Sondern! Zeigen! Willst du es beibringen? Ich will denen die Karten beibringen! Wie den Anzug, den ich gerade fast vergewaltigt habe! Den Tauchanzug! Pure Sexiness! Was haben wir hier? Nein! Was haben wir für Zeichen? Langweilig! 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 Geht! Langweilig! 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 Geht! Er hat sich wenigstens ein bisschen Mühe gegeben! Ja! Der Hacker! Und er hat den Bonus, er hat seine Visitenkarte Pfannkuchen! Bonn Cake! Bonn Cake! Bonn Cake! Bonn Cake! Bonn Cake! Bonn Cake! Benini Cake! Ich hab mal was schönes! Trink den! Erfrischungsgetränk! Ah! Ich hab schon 4 Punkte Vorsprung! Ich hab grad jetzt angefangen! Hihihi! Das ist doch schön! So! Ich sniper jetzt weiter bis! Nein! Ich muss hinterher laufen! Ich muss Kills klauen! Bewegt deinen fetten Arsch! Pistole ist doch nicht schwer! Ach man! Ey! Das cheatet doch! Das ist ein Sniper! Ich hab' auch viele Totenköpfe! Oh 5-1! Das sind gut! Ey! Wollen wir noch 4-10 geschossen! Einfach blind! Ja! 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 Der hat mir meinen Kill geklaut! Eindeutig! Ich hab' ihn einmal getroffen! Und der hat meinen Kill geklaut! Ich hab's gar nicht versucht ihn zu klauen! Er hat ihn geklaut! Ich lade nach! Ich lade nach! Ich hab' gesagt ich lade nach! Du darfst mich nicht anschießen wenn ich ihn nachlade! Oh man! Da hängen die alle in diesen dreckigen Ecken rum! Ich bin nur absterb! Ich hab' ganze null Kills! Ich bin gut! Ja! Ja! Oh! Ich hab'n Kill gemacht! Ich auch! Och nee! Ein Pancake hat mich gegen ihn! Wo? Nichts! Ja! Kann ich nicht mehr! Ich hab' das Knall gespielt! Wut? Weck! 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 Wir, du! Du kannst Konoyuki, du hast mir volle Geh geklaut Wie viele Punkte hattest du, Vorsprung? 4? So, die habe ich jetzt eingeholt Ich bin 4 zu 3 gekommen Wie viele Kills hast du denn? 3 Oh, bin ich schlecht Nein, nicht mich schießen Nicht dich schießen Ich komme in Frieden Nicht mich schießen Moinset Sonst müssen wir gleich, äh, später auf der Wand gucken Das war Aim des Todes Einfach, einfach gegen nichts schießen Ich habe Angst Ja, Todbräger, genau Au Oh mein Gott Facebomb des Todes zu mir Ohne Schuss Er hat mich später gesehen Er hat sich nicht bewegt Und ich schieße dreimal daneben Uzi-Sniper Uzi-Sniper, yeah Alter, wie viel Schuss hat der Junge Uzi-Sniper 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 Nein, Bitch Ich gehe nicht mehr hin Der Weg ist scheiße Predikat ekelhaft Ekelhaft Uzi-Sniper 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 Also, hab ich gewonnen. Und da sind die sogar das nächste Spiel aussuchen. Guck mal, ist doch schön. Oh, die Zitrone ist. Ja, aber dieses war noch ein Real Life Spiel. Oh, echt? Ein Real Life? Ja. Wer hält es am nächsten Mal auf Jenga alleine zu spielen? Na gut, dann meine Freunde der Nacht. Wir sehen uns bei der Bestrafung. Das wird nämlich das nächste Video sein. Beide direkt. Ob die am gleichen Tag aufgenommen werden, ist eine andere Frage. Aber die kommen gleichzeitig raus. Also haut rein, euer Mainzai und... Bo! Das war's. Ciao.